Dadurch, dass ich nicht vorgestellt werde, was ich super finde, weil man das ja eh mal am Anfang macht, dann doppelt sich das immer, fange ich damit kurz an. Also ich arbeite für die Open Knowledge Foundation. Oh, hier ist dieses schöne Pop-up zu Blitz und Bäume, das machen wir jetzt mal weg. Läuft ja gerade. Genau, das ist eine Organisation, die Partizipation fördert durch das Öffnen von Wissen und Technologien. Ich kann jetzt leider gar nicht diese ganzen tollen Projekte vorstellen, die wir so betreuen. Wenn ihr Interesse habt, schaut euch das einfach mal an. Ich arbeite in Estadine für diese beiden Projekte, EduLabs und Demokratielabore, das sind Bildungsprojekte, bei denen es um die Frage geht, wie können wir, oder beziehungsweise wie verändert sich das Lernen durch neue Technologien und wie können wir vielleicht auch neue Lernziele erreichen durch neue Technologien. Und vor allem die Frage, wie können wir vermitteln, dass man mit Technologie auch die Gesellschaft gestalten kann. Das heißt, wenn man sich mit Technik auskennt, hat man sehr viel Gestaltungspotenzial. Genau, das ist die eine Rolle, in der ich heute hier bin. Die andere ist als Vorstand vom FabLab Cottbus e.V. Das ist eine offene Werkstatt in Cottbus. Die habe ich da mal mitbegründet. Das ist ein offener Raum zum Selbermachen. Wir stellen Laien, also wir sind bewusst keinen Ort, der eben nur technisch Interessierten zur Verfügung steht, sondern wir laden ausdrücklich Laien ein, zu uns zu kommen. Wir teilen unser Wissen, wir teilen unsere Werkzeuge und Maschinen vom Hammer über Lasercutter und so weiter. Also alles da. Genau, das ist die zweite Rolle. Die dritte Rolle ist jetzt ganz frisch auch als Vorstand des Verbundsoffener Werkstätten. Das ist ein ganz toller Verein, der eben die dachübergreifende Organisation der offenen Werkstätten in Deutschland ist. Die leisten eine super Vernetzungsarbeit, machen ganz viele tolle Sachen, um die Werkstätten zu unterstützen. Und wenn ihr eine offene Werkstatt bei euch in der Gegend sucht, geht auf die Seite des Verbunds, dort findet ihr sie. Genau, aber es geht ja eigentlich um Technik entdecken. So, und wir sind ja hier auf einer Konferenz, die sich um das Thema Nachhaltigkeit dreht. Und das Bild kennt man vielleicht, nachdem das Handy einem aus der Hand gerutscht ist, auf den Boden gefallen, bam, kaputt, zack, auf dem Müllhaufen. Also es ist vielleicht bei vielen, die jetzt hier sitzen, nicht unbedingt der Fall. Es kommt immer ganz drauf an, aber es passiert leider häufig. Und ja, worum geht es in meinem Vortrag? Es geht darum, dass technische Objekte, die uns so durch den Alltag begleiten, dass in diesen Objekten ja diese ganzen seltenen Erden, dass da eben Material drin verbaut ist. Und es geht darum, dass die Teile ja auch die Energie verbrauchen, zumindest zu großen Teilen. Und das bedeutet, ohne Technik eigentlich auch nicht das Thema Nachhaltigkeit. Also wir müssen uns mit Technik mehr beschäftigen, wenn wir uns mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen wollen. Und darauf möchte ich so ein bisschen hinaus. Denn was ist eigentlich das Problem, wenn uns so ein Teil auf den Boden fällt, wenn es kaputt geht? Warum schmeißt man das dann so leichtfertig weg? Also klar, es gibt kurze Innovationszyklen, es gibt irgendwie den Fetisch des Neuen und so weiter. Aber es gibt auch eine, ja, ich sage jetzt mal eine Störung der Beziehung zu den Objekten, die uns umgeben. Eigentlich haben wir keine wirkliche Beziehung zu diesen Objekten. Also ich kann zu diesem Gegenstand eigentlich keine wirkliche Beziehung aufbauen. Wenn, dann ist es vielleicht eher so eine ästhetische Beziehung. Die hat eigentlich mit dem Gerät gar nicht so viel zu tun, sondern eher mit dem Branding, der Marke. Und wenn das Ding jetzt kaputt geht, dann kann ich mir einfach ein neues kaufen, weil ich habe ja das Branding, ich habe das gleiche Empfinden dieser Beziehung zwischen mir und diesem Gerät. Das heißt, sie ist nicht gestört worden, ich erleide keinen Verlust. Und ja, vielleicht höchstens im Geldbeutel oder so. Was für viele ja auch Grund genug ist, die Teile zu reparieren. Also das will ich jetzt nicht ausklammern. So, ja, wie können wir das lösen? Also wir müssen irgendwie, ich nenne das jetzt einfach mal Beziehungsarbeit zu technischen Objekten leisten. Und ich sage das, ich formuliere das jetzt mal absichtlich so provokant, ich nenne es jetzt Beziehungsarbeit. Normalerweise kennt man das ja eher so zwischen Menschen, aber ich nehme diesen Brief jetzt auch in Bezug auf Objekte. Und ja, wie können wir das machen? Und wie können wir irgendwie tiefere Beziehungen zu diesen Objekten eingehen? Dafür müssen wir an unseren Vorstellungen von Technik, von technischen Objekten oder von der Art und Weise, wie Technik in unserer Gesellschaft existiert, arbeiten. Wir müssen vor allem auch Vorstellungen aufbrechen. Denn was ist eigentlich das Problem? Also wie existieren eigentlich technische Objekte in unserem Alltag? In der Regel ist es ja so, dass es irgendwie so kurzfristige Bedürfniserfüller oder Problemlöser sind, die ich mal kurz in meinen Wahrnehmungshorizont reinhole. Und wie so ein Hammer aus der Schublade, Nagel in die Wand, Gemälde drangehangen, Hammer wieder weg. Was interessiert mich das Gemälde? Natürlich nicht der Hammer. Also worauf ich hinaus will ist, Technik oder technische Objekte existieren nicht in der gleichen Kategorie, die wir Kultur nennen, jedenfalls nicht im Alltag. Also wenn ich jetzt von Kultur rede oder Natur, dann meine ich eher so alltägliche Auffassungen davon, jetzt keine kulturwissenschaftlichen oder sowas in der Richtung oder philosophischen Definitionen von irgendwelchen Begriffen. Können wir gerne darüber diskutieren, aber es geht jetzt eher so um die alltägliche Wahrnehmung. Genau und daran müssen wir arbeiten. Wir müssen Technik in unser Kulturverständnis integrieren, weil dann bekommen technische Objekte viel mehr Aufmerksamkeit. Es ist viel selbstverständlicher, sich mit denen zu beschäftigen. Man ist nicht irgendwie ein Nerd oder irgendwie so ein Sonderling, wenn man mal so ein Gerät aufschrauben kann. Genau, das ist das eine, worauf ich hinaus will, die eine Vorstellung. Denn was ist denn Technik? Nochmal dieses schöne GIF hier. Technik ist ja eigentlich Kulturschlechthin. Also ohne Technik eigentlich keine Gesellschaft. Jedenfalls nicht das, was wir ja heute als Gesellschaft haben. Technik speichern wir Regeln, wir transportieren die über Generationen hinweg. Ampel ist irgendwie so eine physisch gewordene Regel und so weiter. Also Technik ist eigentlich der Kulturgegenstand schlechthin. Genau, um diese Vorstellung geht es. Um diese eine abstrakte Vorstellung, aber es geht auch um ganz konkrete Vorstellungen. Nämlich von den Objekten selber. Hat jemand eine Idee, was das hier ist? Ein Phallus? Also andere Idee als Phallus vielleicht. Turbine geht schon so in die richtige Richtung. Also es ist ein Staubsauger. Also ein älterer Staubsauger zugegeben, aber es ist ein Staubsauger. Und worauf möchte ich hier hinaus? Wenn man an einen Staubsauger denkt, dann denkt man nicht irgendwie an diesen Funktionszusammenhang. Dass da irgendwie ein Motor ist, der dreht irgendwie eine Turbine, beziehungsweise eine Art Propeller. Was dann dazu führt, dass Luft an der einen Seite reingesaugt und auf der anderen Seite wieder ausgeblasen wird. Man denkt eher irgendwie an so einen süßen Plastikkäfer, den man an so einem Rüssel hinter sich herzieht. Irgendwie durch die Wohnung und der irgendwie auf magische Art und Weise Schmutz in sich hineinsaugt. Und darum geht es, dass die Vorstellung von technischen Objekten nicht bei der Hülle irgendwie hängen bleibt. Sondern, dass wir diesen Gegenstand da drin zumindest rudimentär vor Augen haben. Und mir geht es jetzt gar nicht darum, dass hier irgendwie alle Ingenieure werden oder sowas. Oder dass wir jetzt loslaufen und das nächste Startup gründen. Sondern es geht mir darum, dass wir diese, das ist ja eigentlich eher eine praktische Erfahrung, die wir durchs Öffnen sammeln. Dass wir die, dass wir an dieser arbeiten. Weil ich meine, so ein Ingenieur, wenn die zu uns in die Werkstatt kommen und noch nie in der Werkstatt waren, dann haben die meistens auch keine Ahnung. Also zumindest nicht eben, ich hätte denen genau die gleiche Zeichnung hier zeigen können. Da hätte ich ähnliche Antworten oder ja und so weiter. Okay, so wollte ich es jetzt gar nicht formulieren. Aber worauf möchte ich hinaus? Wir müssen die Teile aufschrauben. Und auch einfach mal so, ich meine, man kann ja mal so seinen Staubsauger aufschrauben. Passiert ja meistens nichts. Das ist ja das Problem. Man hat meistens Angst davor, dass man irgendwas kaputt macht. Aber da kann man eigentlich auch nicht so viel kaputt machen. Also einfach mal aufschrauben, so dafür plädiere ich und danach wieder zusammensetzen. Und das kann vielleicht manchmal ein Problem werden. Deswegen fängt man vielleicht erstmal mit kaputten Sachen an. Also wirklich kaputten Sachen. Vielleicht kriegt man sie danach ja auch wieder zusammen. Und was man dadurch erhält, ist einerseits eben diese Vorstellung, von der ich eben gesprochen habe. Dieses Aufbrechen der Vorstellung. Aber auch eben dieser erste Moment der Beziehung, die man zu diesem Gegenstand aufbaut. Dann wenn ich irgendwie so, vielleicht habe ich irgendwie was Kaputtes entdeckt. Ich tausche es auch. Dann habe ich irgendwie, bin ich dann, dann liegt es mir irgendwie mehr an diesem Gegenstand. So, das ist der erste Schritt. Und was dabei vielleicht auch herausspringt, sage ich mal, das ist so ein Gimmick. So eine echt coole Sache, die auch total wichtig ist, nämlich Transparenz. Dass wir irgendwie so wissen, wie Technologie uns eben umgibt und was sie vielleicht so kann und was sie eben nicht kann. Also worum geht es? Es geht darum, Technik als Begegnungsmomente zu erkennen und mit ihnen eben Beziehungen aufzubauen. Also dieser Form von Begegnungsmoment. Aber auch, um durch Technik Beziehungen mit anderen Menschen aufzubauen. Und auf der einen Seite eben mit den Menschen, die an jedem technischen Gegenstand dranhängen. Also jeder Gegenstand ist ja irgendwo mal gebaut worden. Irgendwelche Leute haben die Materialien aus irgendwelchen Minen geholt und so weiter. Wir alle kennen das. Irgendwie eine Infrastruktur hängt da drum. Da arbeiten Menschen dran. Er ist ja nie so isoliert, wie der dann vor uns liegt. Aber scheinbar ist er ja das ja. Also es geht darum, diese Begegnung irgendwie zu erfahren. Auf der anderen Seite geht es aber auch darum, mit Technik gemeinschaftlich zu arbeiten und Wissen darüber auszutauschen und irgendwie ein offenes Arbeiten zu entwickeln. Und da sehe ich gerade bei technischen Ojekten auch ein ganz großes Potenzial, weil es nämlich so einfach ist. So viele kennen sich eben mit Technik aus, andere eben nicht. Und dann setzt man sich einfach zusammen und fängt einfach mal an und hört sich gegenseitig bei den Fragen zu. Und genau, also das ist so das tagtägliche bei uns in der Werkstatt. So, was erhalten wir außer dieser abstrakten, sage ich jetzt mal, also diesen konkreten und abstrakten Vorstellungen? Das ist ja erstmal gut und schön. Aber was können wir danach vielleicht? Einerseits zum Beispiel Nein sagen. Also wenn ich jetzt einmal weiß, wie so ein Staubsauger zumindest so grob funktioniert, dann kann man nicht jedes Jahr einen neuen Staubsauger verkaufen. Weil ich sage, weil ich sagen kann, ja tolles, schönes, neues Gehäuse, aber das da drin, das habe ich schon. Weil da eben nicht so viel Innovation möglich ist. Dann kann ich Nein sagen zu bestimmten technischen Objekten. Nämlich, wenn ich sage, okay, ich möchte die eigentlich aufschrauben können, dann will ich vielleicht nicht das haben, was verklebt ist, sondern eben das, was verschraubt. So, dass ich an die entsprechenden Sachen rankomme und weil ich vielleicht das Ding reparieren will. Ja, also wenn wir einmal so ein bisschen reingetaucht sind, so unsere Vorstellungen aufgebrochen haben, so ein bisschen an Kompetenzen irgendwie erlangt haben, mit Technik irgendwie umzugehen, dann fängt es vielleicht an und wir haben uns mehr mit Technik beschäftigt. Wir haben vielleicht irgendwie schon so ein paar Fähigkeiten entwickelt und die können wir dann tatsächlich einnutzen, um eben Gesellschaft zu gestalten. Das ist jetzt hier mal ein Format, was ganz stark darauf ausgerichtet ist. Jugend Hakt, das ist ein, ja, kennt vielleicht auch die ein oder anderen, ein Veranstaltungsformat der Obneusch Foundation und vom Mediale Pfade e.V. Da geht es darum, eben Jugendliche, die sich schon, ja, die klassischerweise Nerds genannt werden, ich sträube mich eben vor diesem Wort, denen einen Raum zu geben und denen zu zeigen, wie sie ihre technischen Fähigkeiten einsetzen können, um eben an Gesellschaft mitzugestalten. Das letzte Thema zum Beispiel in Berlin war das Thema Macht, also wie wird durch Technologie Macht durchgesetzt und eben, wie kann man das vielleicht durchbrechen? Solche Fragen waren da Thema. So, was brauchen wir dafür, um diese Dinge, die ich jetzt vorher, zehn Minuten, okay, ja, kriegen wir hin. Was brauchen wir dafür, um jetzt diese Beziehungsarbeit sozusagen zu leisten? Einerseits, kein, nicht unbedingt ein Traktor, aber das, für was dieser Traktor hier steht, das ist so ein bisschen so ein Symbol geworden für Open Hardware, dass, also wir brauchen Open Source, denn nicht jedes technische Gerät ist so einfach wie so ein Staubsauger und ich kann es auseinandernehmen und habe es irgendwie so ein bisschen verstanden und kann dann damit arbeiten, sondern wir alle kennen das, so ein Smartphone, das ist weitaus komplizierter, weil es hochintegrierte Schaltkreise und so weiter enthält und wir brauchen eben eine Dokumentation, um dann da durchzusteigen. Das heißt, wir brauchen Open Source Hardware, um diese Ziele zu erreichen. Das ist jetzt hier ein Beispiel, das ist der Live-Track, das ist ein Open Source Hardware-Tracker. Ja, bei Interesse, schaut euch Open Source Ecology an, das ist ein wunderbares Netzwerk und wir brauchen auf der anderen Seite eben offene Werkstätten und ich habe jetzt, also ich habe ja eben schon gesagt, es gibt diesen deutschlandweiten Verbund, aber es gibt hier auch in Brandenburg einen und es gibt in Brandenburg alleine mindestens zehn, von denen ich weiß, offene Werkstätten, die Teil eben dieses Netzwerks sind. Wir haben uns zusammengeschlossen, weil nämlich ein Problem ist, dass wir einfach zu wenig im öffentlichen Raum bekannt sind dafür, dass wir eigentlich gar nicht nur unter uns bleiben wollen und daran wollen wir eben arbeiten. Dafür bilden wir eben Netzwerke. In diesem Netzwerk sind sehr viele unterschiedliche Orte. Das hier ist eher so eine Art Jugendclub. Das hier, ja, dieser Ort dreht sich eher um Code, denn Nico ist auch heute hier auf Bits und Bäume und mit dem Coder Jojo, das sind wir. Also ganz unterschiedliche Orte. Hier ist zum Beispiel auch eine Universität dabei, die offene Werkstatt entwickelt haben. Das ist hier vom Daniel-Domschatt-Berg, der Verstehen-Badenhof in Fürstenberg und so weiter. Also wir sind recht unterschiedlich, aber wir teilen eben das Ziel, was auch die Op-Neusch von solchen teilt, Partizipation zu fördern, eben durch das Öffnen von Technologien und eben dem Wissen, wie ich diese Technologien einsetze. Und ja, ich möchte so mit dem Aufruf enden, dass wir, oder dass ich euch darum bitten möchte, dass wir daran arbeiten, dass diese Werkstätten eben bekannter werden und dass vor allem das Thema Open-Source-Hardware irgendwie, wenn man das sagen kann, dass direkt gesagt wird und wenn vielleicht einer von euch auch irgendwie in Bereichen unterwegs ist, wo man vielleicht auch einen kleinen Hebel ansetzen kann, dann freut sich das Thema natürlich umso mehr. Genau, vielen Dank. Falls irgendwen die Präsentation interessiert, da ist der Link. Vielen Dank. Dankeschön, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Willst du noch für Fragen zur Verfügung stehen? Ja. Perfekto. Wer möchte denn? Hier vorne gleich. Oh, fangen wir mal. Vielen Dank für deinen Vortrag und für die Einladung und Ermutigung. Ich habe zwei Sachen. Das eine ist, ich habe vor ein paar Jahren entdeckt, dass ich auf Segelfliegen stehe. Ich bin absolut im Selbstverständnis eher nicht technikaffin, aber da steht man dann im Winter in der Werkstatt und waschenlegen für die Flugzeuge. Das gibt natürlich einen Einblick und plötzlich wächst da was von Technikaffinität. Also ich kann das bestätigen, dass da Beziehung dann auch entsteht zu den Dingern, die einem so tolle Erlebnisse bescheren, wie selber fliegen können. Das Zweite ist, an der Hochschule, an der ich arbeite, gibt es ein Angebot für kleine Kinder. Das nennt sich Lernwerkstätten. Also das ist eigentlich eine Methode, eine Lehrmethode für forschendes Lernen. Und wir nutzen das, um Kinder an MINT-Themen, also an Mathematik, Ingenieurwissenschaftlich, Naturwissenschaftlich-technische Themen heranzuführen. Und ich habe das Gefühl, da gibt es eine innere, oder könnte es eine innere Verbindung geben zu den Initiativen, für die du gerade gesprochen hast und wollte fragen, kennst du das Thema Lernwerkstätten, kann man sich da austauschen, gibt es da eine Möglichkeit, zusammenzukommen? Also ich habe da schon mal von gehört. Ich wollte dich fragen, wäre es okay, wenn wir sammeln, oder willst du direkt, vielleicht, ich habe noch zwei Fragen auf der Liste. Ich würde vielleicht ganz kurz, schnell, weil ich vergesse das sonst meistens wieder. Also ich kenne das Thema Lernwerkstätten, können wir gerne darüber reden. Also der Verbund offener Werkstätten, der hat jetzt nicht unbedingt das Ziel, das Thema MINT voranzubringen. Also wir haben halt eher eben, wie gesagt, das Ziel Partizipation und so weiter. Es geht mehr halt eher so um den freiheitlichen Umgang mit Technik und irgendwie um die Förderung von Freiheit, sage ich jetzt mal so ganz pathetisch. Aber ja, können wir uns gerne darüber unterhalten. Danke. Vielleicht sagt er noch kurz euren Namen dazu. Okay, ich bin Olli und ich wollte nur fragen, ob du irgendwelche politischen Forderungen hast, gerade im Bereich Bildung, sollte es irgendein Schulfach geben, was sich explizit mit Hardware auseinandersetzt? Ja, das ist eine schwierige Frage mit dem Schulfach. Also ich bin ja eben im Bildungsbereich unterwegs und wir haben uns da sehr viel mit auseinandergesetzt. In Berlin gibt es ja das Fach Digitale Welten. Das ist so ein bisschen der Versuch, Technik irgendwie mehr in die Schule rein zu bringen und das irgendwie an dieser Entwicklung vorbei, dass irgendwie in jedem Unterricht das Thema wird, sondern dass man mit einem bestimmten Macht. Aber das hat natürlich auch viel Kritik gekriegt, weil am Ende sitzen da auch nur wieder die, die sich damit auseinandersetzen wollen und so weiter. Also ich möchte da jetzt nicht irgendwie eine pauschale Antwort drauf geben. Es gibt Forderungen in dem Bereich, politische Forderungen. Da kann ich Chaos macht Schule zum Beispiel erwähnen. Die haben da so einen Katalog entworfen von Fragen beziehungsweise eben Forderungen. Es sind glaube ich fünf Stück, weiß ich nicht mehr ganz genau. Im Zweifel sitzt da hinten auch Benni, den könnt ihr dann gleich fragen. Ja, hallo Sascha, Uni Mainz. Toller Vortrag. Ich finde Open Hardware ganz klasse. Ich würde gerne wissen, wo siehst du die entscheidenden Blockaden für die Verbreitung dieses Konzeptes und welche Rolle spielt Kommerzialisierung dabei? Also müssen Open Hardware Projekte irgendwann kommerzialisiert werden und werden sie dabei notgedrungen irgendwann geschlossen, zugemacht, nicht mehr offen? Ja, das ist auch ein recht komplizierter Bereich, sage ich jetzt mal. Also ich habe neulich einen Blogartikel genau über dieses Thema geschrieben, dass eben Open Hardware einfach schwer zu vermitteln ist. Also weil eben da so viele Ideen dran hängen, die eben nicht so verbreitet sind oder die eher so in Communities und so kleineren unterwegs sind. Ich habe da eben dafür plädiert, dass das Recht auf Reparatur ein recht schöner Metapher dafür ist, eben Open Hardware weiterzubringen. Und da gibt es gerade auf EU-Ebene dieses, wie heißt es nochmal, Eco-Design-Paket. Eco-Design-Paket, genau da stecken so ein paar Themen drin, die im Bereich des Rechts auf Reparatur eine Rolle spielen. Und ich, also das ist so ein Bereich, wenn man den halt so ein bisschen adaptiert für dieses Thema und mit daran dafür kämpft, dass dieses Eco-Design-Paket eben für die Menschen eben durchgesetzt wird, dann haben wir vielleicht schon in Richtung Open Source Hardware irgendwie so ein paar Schritte getan. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade verständlich ausgedrückt war. Das ist das eine. Und das mit der Kommunizialisierung, ich glaube nicht, dass Open Source Hardware irgendwie flau sein muss, also ich glaube, dass beides geht. Man muss halt eben nur an neuen Geschäftsmodellen arbeiten. Und da gibt es ja auch viele Ideen schon. Und es gibt ja auch Beispiele, wo es funktioniert. Genau, weiß nicht, erst mal Arduino ist immer so ein Beispiel. Es geht da immer mehr um Branding und Community und so weiter. Ich glaube nämlich eigentlich, dass wir über Produkte auch eigentlich nicht mehr wirklich Geld verdienen können. Also durch einfach nur so Hardware-Gegenstände, das ist eigentlich das Letzte, wo am Ende wirklich Geld mitgemacht wird. Sehr schön. Gibt es noch, ich habe hier noch eine Frage, gibt es noch weitere Fragen? Vielleicht von weiblichen oder andersgeschlechtlichen Personen? Dann bitte hier noch. Ja, hallo, Patrick, mein Name. Ich bin ja leider ein bisschen zu spät gekommen. Von daher kann es sein, dass du das im Vortrag einfach mit drinne hattest und ich das einfach nicht mitbekommen habe. Ich finde tatsächlich die Verbindung in der Werkstatt auch etwas zu reparieren, einen sehr spannenden Bezug zur Nachhaltigkeit. Ich finde das kulturelle Thema, die kulturelle Herangehensweise einen ganz spannenden Aspekt, weil es eben die Menschen zusammenbringt und mündig macht über das Thema aufschrauben und kennenlernen und sich nicht verarschen lassen, so auf gut Deutsch. Ich wollte wirklich einfach nur mal diesen Link Nachhaltigkeit, Repair-Cafés, die irgendwie wirklich einfach ein prototypisches Beispiel dafür sind, wie man eben das verbinden kann, einerseits irgendwie Dinge zu erhalten, weiterzunutzen, darüber einen riesen Hebel zu haben, auch Leute anzuziehen, zu bekommen, irgendwie so hier, ich habe was Kaputtes, irgendwie kriege ich es selber nicht hin, wer kann mir helfen? Das ist eine 1A-Möglichkeit, Leute zu bekommen und auf der anderen Seite aber darüber hinaus über die Schiene die Möglichkeit zu schaffen, auch mal zusammen an neuen Sachen zu denken und dann auch mal selber was zusammenzulöten, was Neues zu erschaffen quasi. Ja, also ich hatte jetzt Repair-Cafés nicht explizit erwähnt, aber das sind Formate, ich sage jetzt mal Veranstaltungsformate, die eigentlich in offenen Werkstätten sehr oft dazugehören und ja, ich finde die ganz toll und ja, es ist auf jeden Fall eine sehr niederschwellige Möglichkeit, sich damit zu beschäftigen und gut, dass du das gerade gesagt hast, weil ich habe gleich noch einen Workshop, da geht es einfach nur darum, ich habe ein paar Handys mitgebracht, die können wir da aufschrauben und ich versuche da so ein paar Formate zu zeigen, wie man eben so ganz niederschwellig an dieser Beziehungsarbeit so rangehen kann. Also Repair-Cafés ist eigentlich auch schon ein gutes Beispiel dafür, aber ich habe so ein paar Formate, die ich eher mit Jugendlichen mache und genau, wer da interessiert ist, kann mitschrauben.